Was ist die Möglichkeit, warum in der Politik weltweit, nicht nur in Deutschland, so viele schlechte Entscheidungen getroffen werden? Also Entscheidungen, die ganz vielen Schaden und ganz wenigen Nutzen? Warum ist das so? Das liegt teilweise an Personen, aber es liegt noch viel mehr am System. Das System korrumpiert. Je mehr Macht Politiker haben, desto gefährdeter sind sie zu korrumpieren. Das heißt, es gibt Hinterbänkler, die haben nichts zu sagen, die sind meistens nicht korrupt, aber diejenigen, die an den Schaltstellen der Macht setzen, die sind fast immer korrupt. Hinzu kommt noch Inkompetenz, das heißt, die Politiker können entweder nicht oder sie wollen nicht. Wenn sie nicht können, sind sie inkompetent, wenn sie nicht wollen, dann sind sie korrupt. Jetzt kannst du ja aussuchen, was dir lieber ist. Ja, was können wir dagegen machen? Wir müssen das System ändern. Wir müssen das System so ändern, dass Korruption gar nicht mehr möglich ist. Dies ist Teil 1 von einem zweiteiligen Video. Im ersten Teil schauen wir uns mal das Problem an. Im zweiten Teil werden wir mal sehen, was wir dagegen tun können. Ein Grund mehr, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst du nicht die Lösung im nächsten Video. Beim Thema Inkompetenz fällt vielen spontan Frau von der Leyen ein. Frau von der Leyen wurde, nachdem sie schon nicht sonderlich erfolgreich als Arbeitsministerin war, zur Verteidigungsministerin, fragte sich, na nun, was macht die jetzt eigentlich hier mit diesem Job, und hat erstmal für 200 Millionen Euro Berater angeheuert. Berater sind ja grundsätzlich nicht verkehrt. Muss das so teuer sein? Na, wenn sie es wenigstens wert wären. Was haben diese Berater gemacht? Die haben die Bundeswehr praktisch zerstört. Da funktioniert nichts mehr. Das war aber auch schon unter den Vorgängern so. Schon die Vorgänger haben Trümmerhaufen draus gemacht und anschließend Frau Kramp-Karrenbauer hat auch nicht mehr draus gemacht. Wir haben ja also ein Komplettversagen, das ist ja nicht nur bei Frau von der Leyen so, das ist ja im gesamten Kabinett so. Also alle Minister bekleckern sich da nicht mit Ruhm. Nun ist es bei Frau von der Leyen erstaunlicherweise so, dass sie das PETA-Prinzip überstanden hat. Das PETA-Prinzip besagt, jeder wird in einer komplexen Organisation so weit befördert, bis schließlich auffällt, wie inkompetent er ist, und dann wird er nicht weiter befördert. Das führt dann dazu, ich zitiere hier mal, Nach einer gewissen Zeit wird jede Position von einem Mitarbeiter besetzt, der unfähig ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Ja, und jetzt ist sie die Chefin der EU. Ja, beim Thema Inkompetenz fällt natürlich auch der Berliner Flughafen ein oder die Elbphilharmonie in Hamburg. Dann führt das dazu, dass sogar im Fokus harte Worte gewählt werden, hier von Jan Fleischauer, das Trottelproblem. Diese Regierung verlangt selbst nach ihrer Ablösung und nicht nur aus diesem Grund. Warum treffen Politiker sehr offensichtlich schlechte und falsche Entscheidungen? Es gibt eben zwei Möglichkeiten. Da gibt es eben Absicht oder Böswilligkeit. Aber er sagt hier zum Beispiel, dieser Mr. James Hanlon, geh nicht von Böswilligkeit aus, wenn Dummheit bereits alles erklärt. Das erklärt vieles. Korruption findet in der Politik nicht in einer Richtung statt, dass Politiker korrumpiert werden, sondern Politiker korrumpieren auch. Sie korrumpieren zum Beispiel die Wissenschaft. Die Wissenschaft muss seit vielen, vielen Jahren Drittmittel einwerben. Und das hat sie eben korrumpiert, indem sie sagt, wir müssen unbedingt Geld kriegen. Geld kriegen wir von öffentlichen Auftraggebern. Und dann heißt es, wess Brot, ich esse es, Lied, ich singe. Und dann gibt es Gefälligkeitsgutachten. Das hat jetzt zum Beispiel Innenminister Seehofer gemacht. Der hat sich gesagt, wir wollen die und die Politik durchsetzen. Dann holen wir uns ein paar Wissenschaftler. Die können wir uns kaufen und die machen einfach das, was wir wollen. Die Politik hat auch die Justiz korrumpiert. Wir haben weisungsgebundene Staatsanwaltschaften. Wir haben Richter, bis hin zum allerhöchsten Richter Deutschlands, die ohne Parteibuch nichts geworden wären. Es ist unfassbar, dass mit Stefan Harbert, einem ehemaligen Vorstandsmitglied der CDU, ein Mitglied auch des Landesvorstands der CDU in Baden-Württemberg, einer der wichtigsten und einflussreichsten Politiker der CDU, Präsident des Bundesverfassungsgerichts wird. Also weniger Trennung von Rechtsprechung und Regierung und Parlament geht überhaupt nicht mehr. Das dürfte überhaupt nicht möglich sein. Und wenn man dann noch sieht, was für eine Geschichte er hat, was er hier für Leichen im Keller hat, wo er mit drin hängt, in den Cum-Ex-Geschäften, steckt seine Anwaltskanzlei mit drin. Das Handelsblatt fragt, wofür bekam Harbert so hohe Vergütung für sehr hohe Einkünfte, wo völlig unklar ist, für wen hat er da gearbeitet und was hat er dafür geleistet. Schaut euch mal diesen Wikipedia-Artikel über Stefan Harbert an. Das ist unglaublich, dass ein solcher Mann Verfassungsrichter ist. Das ist aber auch bei den anderen Verfassungsrichtern so. Da haben wir zum Beispiel Richter Müller, der vorher Ministerpräsident des Saarlands war. Ähnliches gilt mehr oder weniger für alle anderen Richter an allen hohen Gerichten. Nehmen wir zum Beispiel mal den Bundesgerichtshof. Beim Bundesgerichtshof oder auch in den Oberverwaltungsgerichten, bei vielen hohen Gerichten, da wird nach Parteibuch besetzt. Wer also da nicht das richtige Parteibuch hat oder kein Parteibuch hat, der hat keine Chance. Was ist dann die logische Konsequenz? Die Richter sind befangen. Beim Bundesverfassungsgericht ist das in zahlreichen Urteilen zu sehen. Beim Bundesgerichtshof auch. Kommt ein bisschen darauf an, welche Richter in welchem Senat das jetzt sind. In diesem Fall wurden Kunden geplündert durch Preiserhöhung dreimal jeweils 30 Prozent. Und dann sagte doch der Bundesgerichtshof allen Ernstes, das Unternehmen habe ein verfassungsrechtlich geschütztes Geheimhaltungsinteresse an Geschäftsdaten. Nein, ein solches verfassungsrechtlich geschütztes Recht gibt es nicht. Die Bürger haben ein verfassungsmäßig geschütztes Recht, nicht bestohlen und betrogen zu werden. Was ist eigentlich Korruption? Wo ist Korruption? Korruption ist der Missbrauch einer bestimmten Vertrauensstellung, um anderen Vorteile zu gewähren. Meist gegen Geld oder gegen Gefälligkeiten. Hier sehen wir eine Karte, die ein absoluter Witz ist. Das ist nämlich ein Korruptionswahrnehmungsindex. Also wie wird das wahrgenommen? Und da stellt sich hier Deutschland dar als geradezu Paradies der Korruptionsfreiheit. Das ist natürlich nicht der Fall. Wie wir gleich sehen werden, und das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt, ist Deutschland geradezu eine Bananenrepublik. Auch die USA, in der USA sind praktisch alle Kongressabgeordneten käuflich. Ganz wenige Ausnahmen, aber das ist eine Katastrophe. In Japan ist das nicht anders, in Frankreich ist das nicht anders, in England. Also was wir hier sehen, ist doch ein Witz. Natürlich ist es in Afghanistan und Nigeria schlimmer als bei uns, aber das kann doch nicht der Maßstab sein. Nun kann man Korruption schwer beweisen, weil man nicht an die Kontoauszüge rankommt. An Vermögensverhältnisse von den ganzen Leuten, die unter Korruptionsverdacht stehen. Deshalb gibt es diesen schönen Spruch aus der römischen Antike von Cicero, der fragte, Cui Bono, wer profitiert, wenn sehr eigentümliche Entscheidungen getroffen werden? Hier sehen wir einen Artikel der New York Times, und da fragt sich schon selbst diese Zeitung, die den Democrats und Clinton nahe steht oder stand, wie kann das sein, dass sie so nah an der Wall Street steht? Hillary Clinton hat meines Wissens über 50 Millionen Dollar dafür bekommen, dass sie Reden gehalten hat. Welche Reden sind denn 50 Millionen Dollar wert, bitte schön? Das ist sogar noch viel mehr wert, denn sie hat den Banken erklärt, wir werden die Regulierung der Investmentbanken den Investmentbanken überlassen, damit da bloß gar nichts passiert. Das ist in anderen Ländern auch so. In Frankreich verzichtet Präsident Macron auf über 3 Milliarden Euro für die Besteuerung der Superreichen. Bertelsmann ist ein bekannter Lobbyist. Kim Otto schrieb ein Buch, der gekaufte Staat über Lobbyismus. Hier stellen wir fest, die Parteien sind Konzerne geworden. Hier sehen wir mal Sponsoren eines CDU-Parteitags. Das ist nur ein Auszug daraus. Das, was sie hier zahlen, ist noch gar nicht mal so viel. Hier ging es also um vierstellige Beträge, aber es geht darum, dass die Lobbyisten Kontakte kriegen mit Bundestagsabgeordneten. Riesenspenden, die man sieht, sind nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Spenden oder die ganzen finanziellen Zuwendungen sieht man ja nicht. Also wer nicht völlig auf den Kopf gefallen ist, der macht das alles getarnt. Ideal für die Korruption sind Anwälte als Abgeordnete im Bundestag. Dann gibt man denen einen Auftrag über Millionen, die lässt man dann über die Kanzlei laufen. Und am Ende sagt der Anwalt, kann ich nicht drüber sprechen, ich bin leider zur Verschwiegenheit verpflichtet. Korruption geht bis in die Chefetage. Da gibt es Kanzler, die hängen einfach nur an ihrem Job, die wissen nichts Besseres mit ihrem Leben anzufangen und sagen sich, mir geht es mehr um die Macht. Die wurden also von der Macht korrumpiert. Und es gibt auch Kanzler, die verschaffen Dritten Millionen und Milliarden schwere Vorteile. Zum Beispiel bei der Riester-Rente, beim Vertrieb von Riester-Rentenverträgen. Und dann erhalten Kanzler dafür Boni-Zahlungen, bei denen sich alle fragen, wofür in aller Welt hat er so viel Geld bekommen? Auch Frau Merkel, Herr Steinbrück, alle stehen den Investmentbanken nah. Welche Konsequenz hat das für Herrn Schäuble, der Schmiergelder für die CDU angenommen hat? Er wird Bundestagspräsident. Das passt in unsere Bananenrepublik. In dem Bereich Korruption fällt auch die Privatisierung von vorher öffentlichen Aufgaben, dass das öffentliche Gesellschaften werden aufgelöst, abgesetzt, entmachtet. Und das geht dann alles an die Privatwirtschaft. Die zahlen die Kohle dafür an die Politiker. Und die Politiker sagen, okay, ihr könnt die Geschäfte damit machen. Das ist zum Beispiel bei den Wasserwerken so gewesen. Autobahnen sollten zu Finanzprodukten werden. Banken sind in Geldwäsche verstrickt. Und da geht es um Milliarden. Gegen die Deutsche Bank liefen teilweise bis zu 9000 Prozesse wegen Betrug gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob ich das noch Bank nennen kann oder kriminelle Vereinigung. Banken sind verstrickt in Geldwäsche. Da müsste ja eigentlich der Politik unterstehende Behörde, die BaFin, das Ganze prüfen. Das machen sie nicht. Warum nicht? Politische Weisung. Autofahrer werden betrogen von Automobilherstellern. Und was passiert nicht? Strafverfolgung. Gar nichts passiert. Kein Schadensatz. Nichts. Wie ist das zu erklären? Ausdeutliche Korruption. Die Frage stelle ich mal in den Raum. Die Pharmaindustrie wird in Ruhe gelassen. Nirgends wird so aggressiv um Kinder und Jugendliche als Raucher geworben wie in Deutschland. Wie ist das möglich, wenn nicht durch Korruption? Was passiert eigentlich, wenn Steuerfahner mal ihren Job machen und schauen sich an, ob die Superreichen eigentlich ihre Steuern zahlen? Dann rufen Superreiche beim Minister an, in diesem Fall beim Finanzministerland des Hessen, und sagen, hier, da ist ein Beamter, der geht mir ja auf die Nerven, er will ja meine Bücher prüfen, mach mal was. Und was macht der Finanzminister von Hessen? Der erklärt seine eigenen Beamten für psychisch krank und zieht ja aus dem Verkehr. Hier schreibt zum Beispiel Telepolis, während Hartz-IV-Bezieher damit rechnen müssen, dass Kontrolleure sogar in ihren Kühlschrank blicken, um potenziellen Missbrauch aufzudecken, dürfen Wohlhabende in Deutschland in Punkte Steuerzahlung mit einem rücksichtsvollen und nachlässigen Vorgehen des Staates, sprich der Politik, rechnen. Lokalpolitik ist in weiten Teilen korrupt. In der EU ist Korruption ein Riesenthema. Nirgends gibt es so viele Lobbyisten in Europa wie in Brüssel. Und was passiert mit den Steueroasen, die die finanzielle Basis der EU-Länder zerstören? Die werden geschont. Da werden die einfach mal von den Listen gestrichen. Wie ist das zu erklären, außer durch Korruption? Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stieglitz sagte, So etwas wurde aus einem Grund ermöglicht, um Steuern zu hinterziehen und Gesetze zu umgehen. Nur welcher klar denkende Mensch würde ein Steuersystem schaffen und zugleich den Reichen ermöglichen, ihr Geld ins Ausland zu schaffen, um keine Steuern zahlen zu müssen? Sowas tun nur Regierungen, die von den Reichen gesteuert werden. Einer der größten Korruptionsfälle in der Geschichte der Bundesrepublik sind die Cum-Ex-Skandale. Bei Cum-Ex handelt es sich um ein Steuerkonstrukt, bei dem sich die Banken oder von den vertretenen Mandanten zig Milliarden haben erstatten lassen an Steuern, die sie überhaupt nicht gezahlt haben. Also ein lupenreiner Betrug. Was passiert? Die Politik mischt sich ein und sagt den Staatsanwaltschaften, tut so, als würdet ihr arbeiten, aber macht das ganz, ganz langsam, bis alles verjährt ist. Hier sehen wir, die Justiz werden Steine in den Weg gelegt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, dazu sage ich mal nichts. Hier sehen wir mal einen Telepolis-Artikel von Professor Christian Kreis. Er sagte zum Beispiel zur Staatsschuldenkrise, die im Grunde genommen wie eine Lawine, die immer größer wird, alle Staaten in den Abgrund reißt. Und er sagte, die einzige Lösung, die es wirklich dafür gäbe, wäre, dass die Gläubiger einen Schuldenschnitt akzeptieren müssen. Das sind die obersten 0,1% der Bevölkerung. Und dann sagt er, weil deren Einfluss auf Politiker vorsichtig ausgedrückt sehr groß ist, hält er einen Schuldenschnitt, obwohl er mit Abstand die beste Lösung wäre, für extrem unwahrscheinlich. Mit den Superreichen will sich keine Regierung gerne anlegen. Wie ist das zu erklären, außer durch Korruption? Ja, bei all den Verdachtsfällen von Korruption geht es ja wieder um Occam's Rasiermesser. Wenn es viele Möglichkeiten gibt, etwas zu erklären, dann ist die einfachste, die wahrscheinlichste. Wenn man die Möglichkeit hätte, sich mal die ganzen Konten anzugucken, dann könnte man es auch beweisen. So bleibt also immer nur noch cui bono, wer profitiert. Das System ist das Problem. Macht korrumpiert immer. Dieses System wollen wir ändern mit Bürgerparlamenten. Fortsetzung folgt im nächsten Video, dann zeigen wir, wie wir politische Korruption vollkommen unmöglich machen. Lass ein Abo da, dann verpasst du es nicht. Vielen Dank.